halli hallo ich dachte mir wir machen heute mal ein bisschen eine eine meta folge ich habe mir ein paar sachen überlegt die ich vielleicht ganz gerne im podcast mal abfrühstücken wollte quasi weil dieses format hier Hendrix halde soll natürlich auch ein bisschen spielplatz für mich sein um mich auszuprobieren um sachen die ich vielleicht sonst ja wo es mir zu viel aufwand gewesen wäre sonst einfach einen richtigen feed aufzusetzen oder irgendwie ein richtiges website und gedöns gedöns für einfach nur ein experiment was dann nach zwei drei folgen doch vorbei ist ihr wisst schon insofern habe ich mir ein paar sachen überlegt die vielleicht ganz witzig wären die man mal ausprobieren könnte also zum einen was ich unheimlich gerne mal machen wollen wollen würde wäre natürlich unter anderem ich kenne dich der weiß er hat mich in erste bei mir verletzete mich alleine Mången ich habe schon geschwiegen mit mir über ich liebe ich du Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank. weil es immer wieder Spaß macht zu lesen. Nun, ich bin mir noch nicht sicher, was davon ich umsetze, aber ich denke mal, ihr werdet von mir dann lustige Dinge in den nächsten Wochen hier noch, und nicht nur hoffentlich in den nächsten Wochen, sondern in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten, Äonen hören. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut!